Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind auf Alderaan und machen uns jetzt mal auf zu einer Ego-Festung. Die werden wir jetzt stürmen hier vorne. Und da sollen wir ein ULGO-Versorgungsschiff unschädlich machen, einen ULGO-Kommunikationsgenerator deaktivieren, einen Sender für Luftschläge auf einem Luftabwehrgeschütz platzieren und so weiter. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch und gucken mal, ob es hier auch eine Bonus-Mission gibt. Wovon ich fast wieder ausgehe. So, 25 von den ULGO-Schergen müssen wir um die Ecke bringen. Also, wir sollen hier wirklich ein bisschen Chaos stiften bei denen. Die Quest haben wir in der letzten Folge im Außenposten bekommen und hier steckt das Haus Thule wieder hinter. Ja, die bekriegen sich immer mal mit den ganzen anderen Häusern hier. Und wir sorgen natürlich dafür, dass ihr das Haus Thule die Oberhand bekommt und behält. So, hier ist noch ein Sergeant. Nehmen wir auch mal mit. So, dass wir dann halt schnellstmöglich auf die 25 kommen. Wobei wir natürlich noch nicht mal angefangen haben, hier unsere eigentliche Mission zu verfolgen. So, der ist gar nicht erst umgefallen. Er dachte sich so, ich sterbe einfach im Stehen. So, hier finden wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Das ist ganz gut für unseren Beruf. Hier geht es auch schon direkt weiter. Und die Bonus-Mission haben wir gleich schon abgeschlossen. Und wir sind noch nicht mal am Ziel. Das heißt, hier werden einige ULGO-Streitkräfte mehr sterben, als es eigentlich hätte sein müssen. So, und mit dem Tod dieses Sergeants haben wir dann die Bonus-Mission schon ein wenig. Sehr schön. So, ich gucke mal gerade, wo wir hin müssen. Hier oben ist auf jeden Fall der erste Generator. So, mit einem ULGO-Berst. Der kann uns leider auch nicht aufhalten. Was heißt leider, äh, zu seiner, zu seinem Negativen natürlich, dass er sich aufhalten kann. So, deaktiviere den ULGO-Kommunikationsgenerator. So, das haben wir dann schon mal erledigt. Und, um weiterzumachen, müssen wir, glaube ich, hier erstmal durchgehen. Das Computer-Terminal würde ich noch mitnehmen. So, hier müssen wir uns durchkämpfen. Das nützt nichts. Weil hier halt auch Transportmittel verboten sind. Da kommen wir dann nicht so schnell durch. Dass wir die Gegner schnell abhängen können. Aber hier kriegen wir noch eine Kiste als Belohnung. Das wiegt das dann wieder auf. So, eine Ingenieurs-Kappe von Alderaan. Oh ja. Die brauchen wir nicht unbedingt. Ihr seht schon, wir finden auch wieder einiges, was wir einfach nur verkaufen werden. Aber ich bin froh, dass wir über den Handelsmarkt wieder ordentlich Kohle gemacht haben. So, für die ein oder anderen blauen Gegenstände. Auch wenn die teilweise gar nicht gut sind. Also, ich würde es mir nicht kaufen. Vor allen Dingen nicht für diese Preise. Aber es scheint doch einen Markt dafür zu geben. Hier können wir doch irgendwo was sammeln. So, mach ein Urgo-Versorgungsschiff unschädlich. Das können wir hier machen. Sehr schön. Da müssen wir mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hin sollen. Hier hinten ist noch, da sollen wir einen Sender an einem Luftabwehrgeschütz platzieren. Ich würde sagen, da gehen wir mal hier oben so ein bisschen lang. So, hier geht noch mal eine große Brücke rüber. Wir versuchen mal, da ein bisschen schneller rüber zu kommen. Einfach, weil wir die Gegner nicht unbedingt eliminieren müssen. Bonusmissionen haben wir schon geschafft. Ich würde hier aber ganz gerne das Computer-Terminal nochmal hacken. So, was haben wir hier noch? Noch eins. So, hier sind Geschütze. Ich würde sagen, dann schalten wir die Firma aus und nehmen das Geschütz hier direkt unter die Lupe, um unseren Sender hier zu platzieren. So, kehre zu C86 zurück. Damit hätten wir das Ganze hier schon mal erledigt. Wir haben aber auch hier noch eine Quest-Präventivschlag. Die können wir nämlich direkt mitmachen. Entsichere den Baradium-Detonator. Ihr müsstet nämlich diesen ganzen Weg hier sowieso laufen, um diese Festung zu kommen. Weil hier auch so ein Hügel liegt. Und ja, wie gesagt, ihr kommt halt nur mit diesen Brücken hier zu dieser Festung. Daher ist das gar nicht verkehrt mit dieser zusätzlichen Quest hier. Die schickt uns dann so ein bisschen auf den richtigen Weg. So, und ganz nebenbei entdecken wir sogar noch ein Wissensobjekt für das Haus Ulbel. Müssen wir uns halt nur noch ansehen. So, neuer Kodex-Eintrag und das Haus Ulbel haben wir entdeckt. So, wir müssen uns halt nur noch ansehen. Ja, wir versuchen mal hier so ein bisschen aus dem Radar zu bleiben. Das hat geklappt. Und hier sollen wir dann auch schon die Quest erledigen. Den Detonator entschärfen. Ui, und hier haben wir direkt eine Bonus-Mission. 15 dieser Ulgo-Schergen sollen wir töten. Muss sehen, ob wir die 15 denn hier zusammen bekommen. Sieht jetzt nicht so groß aus, der Bereich hier. Ah ja, doch. Das ist eine große Lagerhalle. Ja, sieben haben wir schon. Hm, wir müssen hoch. Ich würde gerade hier noch mal ein paar Gegner killen. Da sehen wir ja von hier auch noch, ob da oben welche stehen. Da stehen auch noch welche. Okay, dann können wir nach der Gruppe hier nach oben schon mal gehen. Und mit den restlichen Gegnern oben haben wir dann auch die Bonus-Mission erfüllt. So, schwerer Brenner der Fähigkeit von Blastech. Können wir uns mal angucken. Hier, eine schöne Waffe. Die können wir verkaufen. Hat sogar ein großes Level. Da kriegen wir ordentlich Kohle für. So, Bonus-Mission ist abgeschlossen. Und hier ist der Detonator. Ich muss den Ruin hier leider noch aus dem Weg räumen. Aber der ist auch keine große Gefahr für uns. So, und hier können wir den Paradium Detonator entsichern. Schließlich im Schutzraum ein. Ja, jetzt aber schnell. So, und das Ganze geht jetzt in die Luft. Da seht ihr schon. Und wir können jetzt zum Außenposten zurückkehren. Da gucken wir mal, wo wir am besten langlaufen. Da kommen wir nicht durch, aber hier vielleicht. Ach, guck mal, von hier gibt es auch noch einen Zugang zu der Base. Da muss man nicht unbedingt den langen Weg gehen, den wir jetzt gemacht haben. Aber wir haben ihn ja gemacht, weil wir die andere Queste auch noch mitmachen wollten. Die nehmen wir nochmal mit. So, C-86. Die Ulgo-Verteidigung wurde ausgeschaltet. Die Festung wird bald unter der Kontrolle des Imperiums sein. Diese Einheit bringt dem Sith Lord Dank entgegen. Aktueller Status erleichtert. Außer Betrieb gesetzte Einheiten gerecht. Kernabschaltung beginnt. Sehr schön. Jetzt können wir hier nochmal was looten. Mal gucken. Tresor wahrscheinlich. Jo. Dann würde ich die gleich nochmal öffnen. Aber wieder ein paar Credits. Auch wenn es immer nicht viel ist, aber kommt halt alles mit aufs Konto. So. Dann sprechen wir mit Daniel Tool. Danke. Ihr habt das Haus Tool erneut gerettet und unser Land vor Tod und Verwüstung bewahrt. Die Fähigkeiten der Sith entziehen sich wahrlich unserer Kenntnis. Keine große Sache. Ich habe nicht mal geschwitzt. Dann müssen wir uns umso mehr vor euren Fähigkeiten verneigen. Denn sie sind größer als die unserer Truppen. Die Ulgos ziehen sich zurück. Daher kann ich all meine Truppen dazu einsetzen, die Killix zu vernichten. Bis auf die letzte zuckende Larve. Meine Vorgesetzten haben nach euch gefragt. Im Haus Rist gibt es einige Intrigen. Und das bedeutet Ärger für unsere Verbündeten. Wenn es euch interessiert, haltet nach Dates Elgin Ausschau. Mofsarek hat euch bereits empfohlen. Ja, das machen wir natürlich auch noch, Leute. So, wir schauen erst mal, wo wir hin müssen. Oh, wir kriegen hier noch eine Quest. Muss ich mal gerade schauen, wo der sich befindet. Da unten ist er. Captain Tate. Ich hole euch eure Medizin. Das klingt nach einem Plan. Danke. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Bitte beeilt euch. Medizinischer Offizier Willen erwartet euch. So, wir sehen schon, da sollen wir die medizinischen Vorräte stehlen. Und hier sollen wir auch noch runter. Ich würde sagen, wir folgen erst mal dem Weg. Und schauen mal, was wir hier nebenbei noch aufdecken können. Nehmen wir noch mal mit. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Sachen wieder gesammelt. Schauen wir mal. Okay, Korundpulver müssten wir uns kaufen. Und vorzeitliches Artefaktfragment, ja, des siebten Grades. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da angekommen sind. Ich glaube, wir sind gerade so bei Grad 5. Und irgendwie ist das alles aber ein bisschen kaputt hier. Also, bei Grad 5 waren wir eigentlich schon. Aber ich schicke hier so einen Streak nochmal los. Unsere Schiffstruinen und HK51. Die können auf jeden Fall diese grünen Aufträge mal erledigen. In der Hoffnung, dass unser Beruf da nochmal ein bisschen höher geht. So, ich gucke gerade, wo wir Sachen entdecken müssen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall in die Festung rein, um die Quest hier jetzt zu erledigen. Jemand zu Hause. Finde Leni Renata. Okay, dann wollen wir da mal reingehen. Und die Quest erledigen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin liebe Leute. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.